... durch die Rettungsquote, als ob man ganz viel Platz hat, um sich dort zu bewegen, also nicht nur zu joggen, sondern auch spazieren zu gehen. Ich bin die Tür immer dem Nächsten in die Hand, immer ein bisschen schlafen. Das ist ein bisschen ein, das ist ein bisschen ein, das ist ein bisschen ein, das ist ein bisschen ein. Das geht einmal ringsherum, in das Deck. Kann man hier spazieren? Ja, man kann hier joggen gehen.